Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 360 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich mache einen Ausflug ans Meer. Mein Proviant ist in meinem Rucksack. Ich mache einen Ausflug ans Meer. Mein Proviant ist in meinem Rucksack. Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Wir warten auf deinen Papa. Er wird gleich kommen. Wir warten auf deinen Papa. Er wird gleich kommen. Wie weit ist es denn noch? Ich kann nicht mehr laufen. Wie weit ist es denn noch? Ich kann nicht mehr laufen. Wie weit ist es denn noch? Ich kann nicht mehr laufen. Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Ich habe das Geld gezählt. Für neue Sneaker reicht das nicht. Wenn wir uns ganz ruhig verhalten, dann findet dein Vater uns nicht. Ich warte schon zwei Stunden. Der Abflug wird immer wieder verschoben. Ich warte schon zwei Stunden. Der Abflug wird immer wieder verschoben. Ich warte schon zwei Stunden. Der Abflug wird immer wieder verschoben. Ich will nicht zur Oma. Dort gibt es kein Internet. Ich will nicht zur Oma. Dort gibt es kein Internet. Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auf den alten Löffeln sind verschiedene Kräuter und Gewürze zum Kochen. Auf den alten Löffeln sind verschiedene Kräuter und Gewürze zum Kochen. Das habt ihr beiden gut gemacht. Ihr könnt diese Lösung morgen dem Team präsentieren. Ich habe eine Idee. Darf ich sie dir mitteilen? Ich habe eine Idee. Darf ich sie dir mitteilen? Ich trage eine kosmetische Maske auf. Backen ist meine Leidenschaft. Backen ist meine Leidenschaft. Ich genieße die Freiheit im Cabrio. Ich genieße die Freiheit im Cabrio. Du darfst es niemandem verraten. Es ist ein Geheimnis. Du darfst es niemandem verraten. Es ist ein Geheimnis. Die Kopfschmerzen hören nicht auf. Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss zum Arzt gehen. Es wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis wir endlich in unser neues Zuhause einziehen können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2020